Hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu 30 Tage bis Silvester. Leute, ich kann es selber kaum glauben, aber es sind nur noch 30 Tage bis Silvester. Ich habe schon was Schönes in der Hand, was heute zünden werden. Eine Neuheit, Knisterteufel von Lone Star, edle Ware, da haben wir hinten auch versteckt, der Blutschnee von der Gento, zwei Salvos, wieder richtig fettes Finale heute am Start. Und ich habe noch was hier hinten dabei, Moment. Und zwar Argento-Raketen. Und zwar sind das die Titanium-Rockets. Kennt ihr ja schon aus 40 Tage bis Silvester. Leute, das Video ist wieder unterstützt von pyroweb.de. Danke dafür an der Stelle. Guckt gerne vorbei, Link unten in der Beschreibung. Wie gesagt, könnt ihr gerne da kaufen. Echt ein Top-Shop. Aber wir beginnen jetzt mal direkt mit 30 Tage bis Silvester. Und ich würde sagen, als erstes suchen wir uns mal hier direkt die Knisterteufel raus. Wir haben hier unglaubliche 111 Gramm auf 3 Stück. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und viel Spaß jetzt beim Vorfeuerteil. Los geht's. Jo Leute, wir machen erst mal einen und danach gibt es zwei von den heftigen Teilen. Seid gespannt. Ich würde mal sagen, wenn das nicht geil ist, Leute. Und jetzt gibt es zwei davon auf Schlag. Ich bin richtig gehypt, weiter. Los geht's. Edel. Jo Leute, machen wir erstmal eine grüne einzeln und schauen wir mal, was die Teile taugt. Digga, das ist so geil, die Teile. 20 Gramm. Und da sieht man mal, was man aus Franziska machen kann. Und nochmal, oder? Dein Statement? Kein Statement. Deine Kamera ist ein bisschen Fokus zu langsam. Bis mein Scale geht. Oha. Ein auf Schlag, Leute. Ich würde sagen, edle Raketen, oder? Wir zünden die Blutschnee von Argento Feuerwerk. Etwas weiter gesichert, weil die Teile sehr gerne umkippen. Doppelt geschossen, weil Just for Pyro das gerne mag. Los geht's. Bis auf den Boden. Also Leute, 8,50 Euro für so ein edles Teil gibt's bei PyroWeb.de. So Leute, jetzt das Finale hier. Zweimal Salvos von PyroWeb. Für dieses krasse Finale erstmal nochmal dank an PyroWeb. Ihr könnt gespannt sein, Leute. Das wird ein heftiges Finale. Nur als Vorwarnung. Und das Finale, müsst ihr euch vorstellen, kostet nur um die 35 Euro, wenn ihr es selber haben wollt. So Leute, jetzt geht's los. Ich hab Angst. Leute, gibt's euch das krasse Finale. Wenn das nicht ein geiler Abschluss ist für 30 Tage bis Silvester, dann weiß ich auch nicht. 35 Euro, wenn ihr auch sowas Geiles fahren wollt an Silvester, wie gesagt, PyroWeb ist unten in der Beschreibung. Das war's schon mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Genießt die Vorvollzeit und wir sehen uns bei 20 Tage bis Silvester. Haut rein, Leute. Ciao. Out.